Ahoi liebe Campingfreunde zu einem neuen Messeupdate hier auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Es geht um die O2023 und das geht sofort los nach dem Intro. 7 Themen, eine große Messe, das ist die O-Freizeitwelten in Hamburg. Es ist nämlich soweit, nach ein bisschen Corona, die nächste Messe, die wieder stattfindet, und zwar vom 8. bis 12. Februar, findet in Hamburg wieder 7 Messen statt, die sich mit den Themen Reisen und Urlaub beschäftigen. Dazu gehören die Reisen Hamburg, Caravaning Hamburg, die Rad Hamburg, die Kreuzfahrtfeld Hamburg, sowie die Premieren, die Genussreise, die Tauch- und Schnorchelmesse, also die Interdive, sowie die Hamburger Motorradtage. Das alles gibt es auf jeden Fall. Und der, muss ich gerade gucken, Veranstaltungsmanager Alexander Ege, der freut sich tierschauf. Die insgesamt sieben Veranstaltungen bieten ein umfangreiches Angebot ein. Die Bandbreite deren Messen ist einzigartig. Sie bündeln sieben Messethemen unter einem Dach, was man nämlich ansonsten an verschiedenen Orten sucht, gibt es alles kompakt bei der O in Hamburg. Neben der Vielfalt an Themen ist unter anderem bei der Caravaning Hamburg die Vans & Friends Wohnzimmer eine spannende Neuheit. Wir kennen sie ja schon von der ABF und von der CMT. In Hamburg wird sie wieder mit am Start sein. Und Besucherinnen erhalten dort auf jeden Fall spannende Einblicke in die Welt des mobilen Reisen. Wichtig für euch schon mal gleich am Anfang, Urlaubsinteressierte können mit einem einzigen Ticket alle sieben Messen gleichzeitig besuchen, wozu auch die European Outdoor Film Tour gehört, die am, Achtung, 10. Februar zu Gast ist. Für uns Wohnmobilisten ist natürlich die Caravaning Hamburg das Wichtigste. Und da gibt es drei Hallen für Camper und Freizeitmobile. Die Caravaning Hamburg beschäftigt sich in drei Hallen mit den mobilen auf vier Rädern und ist damit zentrale Anlaufstelle für Caravaning-Fans. Interessierte können sich über die neuesten Modelle, Möglichkeiten und Angebote einfach informieren. Die Veranstalter erwarten einen hohen Zulauf, denn das Interesse im Caravaning-Bereich ist enorm hoch. Das wisst ihr, das wissen wir und das sagt halt Alexander Eger. Wir bilden die gesamte Bandbreite ab. Dazu gehören Caravans, Reisemobil, Mobilheime, Campervans und Dachzelte. Das Portfolio umfasst außerdem einen großen Zubehörbereich sowie Fachberatung in der sogenannten Technikinsel. Wir haben es schon gesagt, eine Neuheit ist das Vans und Friends Wohnzimmer. Gibt es darüber hinaus die Möglichkeit mit erfahrenen Campern persönlich zu sprechen und einzigartige Einblicke in deren Fahrzeuge zu erhalten. Unter anderem mit dabei Steffi von Come With Us Too. Ja, ich stehe jetzt hier mit Steffi und im Hintergrund ist die Maya zusammen. Und ja, wir sehen euch auf der Messe in Hamburg ja auf. Erzähl doch mal Steffi, was sehen wir denn von euch in Hamburg? Und ja, erklär unseren Zuschauern mal kurz ein bisschen was dazu. Sehr gerne. Ja, ich komme auch nach Hamburg. Ich werde Freitag, Samstag, Sonntag vor Ort sein und auch Vorträge halten über meine Reisen durch Europa. So ein bisschen Lust machen auf unterschiedliche Reiseziele, die man vielleicht auch gar nicht so kennt. Speziell Thema Osteuropa natürlich auch. Wunderbar, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Also Steffi könnt ihr ja auch auf der Messe in Hamburg sehen. Ja, auf welchen Stand und so weiter, das blenden wir euch nochmal zusätzlich ein. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und ja, ich glaube, du freust dich auch sehr auf alle Leute, die dich besuchen kommen. Auf jeden Fall. Bis bald. Das Vans & Friends Wohnzimmer, also sprich die Van & Friends Blogger Lounge auf der Reisen Hamburg ist ein Bereich von Bloggern für Blogger und damit ein Rückzugsbereich für interessante Gespräche untereinander mit Besuchern, mit Ausstellern und natürlich mit der eigenen Community. Wenn ihr also diese Blogger Lounge sucht und da wird vielleicht der eine oder andere von euch auch dabei sein, dann Halle A3 Stand A3212. Längere Dinger. Ja, und den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Da gibt es ein richtig tolles Rahmenprogramm. Habt ihr alle schon im Hintergrund laufen sehen. Zum Camping gehört eigentlich das Radfahren immer dazu. Okay, wir gerade nicht. Wir sind ja E-Scooter-Fahrer, aber wir kennen sehr viele, die halt mit dem Rad unterwegs sind und da bietet natürlich die Rad Hamburg ein riesen Portfolio für euch. Die E-Mobilität steht diesmal klar im Fokus und das sind einfach die wichtigen Themen zur Rad. Bei der Rad Hamburg können sich Besucher, also ihr, über die gesamte Bandbreite aktueller Fahrräder beraten lassen. Also alle Räder vom Citybike bis zum vollgefederten Mountainbike könnt ihr Interessierte auf den Testparcours Probefahren. Also das, was wir schon in Stuttgart und auch in Hannover haben, gibt es in Hamburg. Also für euch Norddeutsche auch nochmal. Dazu habt ihr natürlich die Möglichkeit, Zubehör und die richtige Ausrüstung zu kaufen und sich bei verschiedenen Anbietern ein Bild über Radreisen und Touren zu machen. Es gibt Fachvorträge und Beratungen zu Trends wie Lastenrädern, Bikepacking und den vielseitigen Gravelbikes. Runden einfach das Angebot ab bei der Rad Hamburg. Ein weiteres Highlight ist die European Outdoor Film Tour, denn die ist am 10. Februar um 17.30 Uhr zu Gast. Die bringt die EOFT neue Geschichten von Menschen, die das Abenteuerreisen lieben, auf die Leinwand. Bei den Hamburger Messen steht der Ultra Runner Timothy Olsen auf der Bühne. Der 39-Jährige hält seit 2021 den Rekord für den sogenannten Pacific Crest Trail, den er in 51 Tagen, 16 Stunden und 55 Minuten bewältigen konnte. Die EOFT ist im Tagesticket mit enthalten und es gibt einen tollen Trailer und dieser Trailer ist in der Videobeschreibung einfach mal verlinkt. Das, das Inhaltliche und jetzt nochmal Fakten, 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 die ihr einfach wissen müsst und zwar Öffnungszeiten und Preise. Überraschend, die Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr, das ist eine klassische Messezeit und wie gesagt, starten tut die Messe am 8.12. und geht bis Sonntag 12. Bevor ich wieder 12.12. sage. Wer Karten nicht online kaufen möchte, das geht tatsächlich, das ging auch schon in Stuttgart, das haben wir ein bisschen falsch interpretiert. Also in Hamburg geht es definitiv. Ihr müsst die Karten nicht online bestellen. Es gibt Terminals vor Ort, dort könnt ihr Tickets beziehen. Aber Achtung, die haben eine Servicepauschale von 3 Euro mehr. Ihr seht im Hintergrund gerade, wie die Preise ein bisschen laufen. Wir gehen da jetzt nicht in Detail an, wie gesagt, auf der Internetseite, die auch verlinkt ist, also in der Videobeschreibung verlinkt ist, seht ihr die Preise alle drin. Und ihr müsst einfach 3 Euro dazurechnen, wenn ihr vor Ort kaufen wollt. Inhaber eines gültigen Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen B erhalten die kostenfreie Tageskarte für die Begleitpersonen ausschließlich an den Informationstheken in den Eingangsbereichen gegen Vorlage des Ausweises. Und Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung eines erwachsenen Begleitpersonen die Messe kostenfrei besuchen. Das ist auch wichtig, im Buchungsprozess müsst ihr ein Kinderticket einfach auswählen und dann ist das halt alles mit dabei. Die Anreise und Parkmöglichkeiten. Da können wir gleich von vornherein sagen, die Parkmöglichkeiten auf dem Messegelände sowie in der näheren Umgebung sind sehr, sehr, sehr stark begrenzt. Deshalb empfehlen wir auf jeden Fall den Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmitteln des Hamburger Verkehrsverbundes. Eine Tageskarte für 5 Personen kostet da schlappe 12 Euro, so der letzte Stand. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr mit dem eigenen Pkw anreist, stellt euer Fahrzeug am besten am Stadtrand ab, setzt anschließend eure Reise einfach mit der HVV oder einem Shuttlebus, die gibt es auch dorthin. Und damit vermeidet ihr definitiv lange Staus und Wartezeiten bei der Suche eines Parkplatzes. Können wir euch wirklich nur empfehlen. Ja, die Anreise mit der Bahn, da gibt es entweder, ihr kommt mit der S21 oder S11 oder S31 Station Sternschanze. Da könnt ihr also mit der S-Bahn ankommen. Es gibt auch die U2 und die U4. Es wird auf jeden Fall hinten eingeblendet gerade, ich habe es nicht jetzt völlig im Kopf. Sonst steigt ihr einfach Hamburg-Dammtor aus, das ist ja der Fernverkehrsbahnhof. Und dann seid ihr ja nicht sofort bei der Messe. Also es ist super eigentlich mit dem Öffis zu erreichen. Und dann wieder ein Thema, was wir auch bei der Messe jetzt bei der AWF gesehen haben in Hannover. Die große Frage, sind Hunde erlaubt? Ja oder nein? Auch hier gilt wieder, Hunde sind grundsätzlich auf dem Hamburger Messegelände erlaubt. Aber auch hier, selbst vom Veranstalter, wird es nicht empfohlen. Ihr wisst es, es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten etc. Das werden wir alles jetzt nicht nochmal aufwärmen, weil ihr kennt das Thema. Es gilt aber auf jeden Fall Leinenpflicht für alle Hunde. Und wichtig, zusätzlich Maulkorbpflicht für als gefährlich eingestufte Hunderassen. Gibt es viele Informationen auf der Messe Hamburg, ist einfach verlinkt. Und ich denke mal, damit habt ihr die größten Informationen einfach jetzt erhalten. Jetzt ist er wieder da, hat er sich mit Steffi gut unterhalten. Da freuen wir uns auf jeden Fall tierisch drauf. Das gibt super Beiträge. Wir durften ja auf der AWF jetzt wirklich mal einen 45-minütigen Beitrag anhören. Und ich sage euch, der ist empfehlenswert. Daumen rauf. Und dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, wir gesund bleiben, dann sind wir am Samstag, den 11.02. auf jeden Fall auch auf der Messe. Vielleicht habt ihr Bock, uns zu treffen. Dann schreibt uns besser vorher bei Instagram ab, wo ihr ungefähr seid, weil sonst wird es schwierig. Wir haben es jetzt auf der AWF gesehen. Da sind so viele Leute, es könnte schwierig werden. Oder wenn ihr uns trefft, sprecht uns einfach an. Genau, wenn wir irgendwo in einem Gespräch mit jemand anderen seid. Kommt einfach dazu, alles gut, das ist kein Problem. Genau, wir beißen alle Mann nicht. In diesem Sinne, das soll es mit dem Messe-Update gewesen sein. Das ist jetzt auch das vorläufig letzte Messe-Update gewesen. Denn wir werden auf weiteren Messen erstmal nicht da sein. Der nächste wird in der Caravan-Salon sein. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die O2023 in Hamburg. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder. Bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.